Hm, ne, jetzt habe ich sie gebaut jetzt. Vielleicht erweisen sie sich noch als nützlich oder so. So. Die Basis ignoriere ich jetzt erst mal komplett. Hm, also. Ja gut, die ist jetzt gerade wegen uninteressant, die Produktion. Da die Produktion sowieso zu dämlich ist, irgendwie dann raufzufahren. Besser, ich ändere mal die Hotkeys, dann schafft ihr das Feld auch mal. Euch schicke ich dann hier mit rauf. Oh Gott, was hat mich jetzt schon wieder angegriffen? Oh nein, ihr werdet... Oh, es ist so unglaublich. Fahr halt drum rum, du faule Sau. Ne, da, nein! Heilige Scheiße, ist das so kompliziert. Aber wir fahren jetzt erst mal da nahe, machen die Basis da platt. Und ich hoffe, ich kriege bald meine alten Einheiten wieder, sonst kotze ich. Ach, und die können mich jetzt nicht aus zwei Kilometern Entfernung angreifen. Was? Wie geil war das denn? Was war das jetzt überhaupt? Transporter? Und den löschen wir doch gleich mal aus, oder? Was auch immer mir das bringen wird, aber egal. Hauptsache tot. Was tot ist, greift mich nicht wieder an. Hoffe ich zumindest. Boah, hält der viel. Oder kann ich den übernehmen? Warum habe ich da jetzt ein Menü offen? Wen habe ich denn da jetzt wieder ausgewählt? Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder für ein Bug war. Da greift mein Rest da an. Vielleicht gibt es ja ein Artefakt. Artefakt entdeckt. Feindliche Basis ausgelöscht. Hm, Transporter kann ich trotzdem mitnehmen. Oder Pechkab wird er vernichtet. Spiel ich überhaupt mit einfacher Geschwindigkeit? Ja. Oh nein, ihr soll das Ding angreifen, alle. Was habe ich denn bekommen? Oh, Neural-Synaptische Forschungs-KI. Ich habe zwar keine Ressourcen, aber ihr forst trotzdem. Oh, jag das Ding hoch. Gott hält das Ding viel aus. Ah, Paketenstellung bringt schon was. Doch, ja. Sollte man nicht verachten. Oh, komm. Jag das Ding halt hoch. Boah, ist das hartnäckig. Aber echt, ne? Komm schon. Komm. Oh, jetzt. Oh. Geht das jetzt? Kann ich das irgendwie nicht kaputt machen? Es geht nicht kaputt. Geil. Warum geht das nicht kaputt? Oh, den kriege ich wahrscheinlich jetzt wieder am Ende der Mission. Ja, genau. Da kriege ich den. Dann kann ich... Dann ist es wieder meiner oder so. Was weiß ich. Speichert habe ich. Ja. Du fährst auch noch dann auf. Und dann räumen wir erst mal da oben ein bisschen auf, ne? Wenn da oben wieder irgendwas steht, das mich kaputt schießt. Nein. Sieht gut aus. Was zur Hölle muss ich überhaupt machen? Naja, hier sind wir denn noch mal an. Ah. Tolle Missionsbeschreibung. Ja, doch. Was steht da drin? Hm. Wenn die Gamma-Base erreicht haben. Also, einfach gesagt. Ich muss alles wieder platt machen, wie immer. Fangen wir mit der Luftwaffe an. Oh. Oh, das ist diese... Diese... Oh, schießen die schnell. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Wow. Solchen dummen Arschlöcher. Was zur Hölle? Ich kann es dir geschaut anwesieren, was hier denn für ein fucktollen Berg ist. Oh Gott. Und da oben war auch irgendwas. Na komm, schießt halt drauf und macht's platt. Oh, es liegt so scheiße hinter dem Berg, ne? Hopp, schießt du mal drauf. Oh. Was ist los? Oh Gott. Ich befürchte... Produktion abgeschlossen. Jetzt, glaube ich, weiß ich, was Kevin meinte. Mit einer Fähigkeit, die mir nicht gefallen wird. Der Gegner hat gerade mal Einheit obs... obs... absorbiert. Oh Gott. Das kann der jetzt aber nicht dauernd machen, oder? Oh mein Gott. Ich vermute mal... Das Ding? Die Dinger? Können wir mal Einheiten absorbieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spielspaß für die ganze Familie. Oh Gott. Wenn der mal Zeug absorbieren kann... Ach du... Oh Gott, wenn der mal... Option abgeschlossen. Mein Commanders fahren immer ganz vorne rum, ne? Wenn der mal Commanders absorbiert... Ach du... Scheiße. Scheiße. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Wenn ich recht hab, ne. Nee, das will mir jetzt gar nicht gefallen, was ich da eben so mitbekommen hab. So ganz und gar nicht. Ich hoffe, das beschränkt sich auf... auf Türme. Und nicht auf Sachen, die fahren können. Fahren können. Und nein, ich baue nie wieder Ketten. Mir egal, wie viel die aushalten. Nie wieder. Bist du da bist, bist du ja tot. Und wie lange spiel ich überhaupt schon? Keine Ahnung. Ich bin schon wieder auf Vollgas, ne? Es gibt nur ein... Ja... Ja, ja, ja. Genau, genau. Ich könnte... Äh, Moment. Idee. Kling! Da ist meine Glühbirne angegangen. Na, bin aber gespannt, ob die jemals da rauskommen. Wie, ich hab nur noch zwei von den Dingen? Scheiße. Oh, sie... Sie kommen sogar richtig schnell raus, ne? Warum reparier die... Warum bist du nicht mit 1 mit drin und du auch nicht? Was soll denn das? Wollt euch vom Krieg drücken hier, oder? Oder was ist los? Ah nein, 31 ist schon vorausgefahren. Wie kommst du so schnell da runter? Wööö. Ist du irgendwie ein Doppelader, das so eingebaut? Oh Gott. 300 PS Maschinenwurst. Geht voll ab. Ich hab da eine Idee. Keine Ahnung, ob die funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Eins. Gut. Du wirst jetzt auch zu eins. Grundlagenforschung abgeschlossen. Oh Gott, es gibt noch mehr zu erforschen. Oh Gott, ja. Gibt's ein Video? Ja. Computerforschung abgeschlossen. Okay, höre die Forschungsfindigkeit. Wer hätt's gedacht. Und wir speichern wieder. Und hoffen, haben wir alle? Oder will sich wieder jemand drücken? Äh. Kriegsverweigerer hier, oder? Mensch, hab ich die Bundeswehr verweigert? Hm, nein. Ich wurde freigestellt von der Musterung. Ah, weil ich schon zwei Geschwister hab, die da waren. Ah, haha. Ich bin so schlau. Ah, haha. Ja? Und ein Ha, ha. An alle, die da hin müssen. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Hör. Hör. Ach so, mein Turm ist fertig. Sag das doch gleich. Ach ja, das eine ist immer Produktion, das andere immer Konstruktion. Oder wie war das? Dann bauen wir hier oben noch Ripple. Ripple? Ripple? Ich soll doch die alle zu dritt bauen. Ja, einer, aber die anderen vier schauen zu, ne? Naja, wie die Maure halt sind. So, kommt die dann auch alle nochmal hoch? Nein. Geile Scheiße. Dich nehm ich nicht mehr mit in einen Krieg. Bis du da oben bist, ist Weihnachten. Ich muss das nicht mehr mit in einen Krieg. Ich muss das nicht mehr mit in einen Krieg machen. Das dauert. Schlimm, schlimm. Apropos, muss ich mein Forschungslabor überhaupt aufrüsten? Eine ausgezeichnete Frage. Keine Ahnung. Ich lasse jetzt erst mal Restverricht bauen, dann schaue ich mir das mal an, ob ich da irgendwas aufrüsten muss oder so. Aber wir speichern nochmal, weil ich so gern speichere. Speichern gibt einem das Gefühl der Sicherheit. Ja, so langsam wie die Ketten fahren, kannst du ja doch noch mit deinen Krieg. Da hast du ja nochmal Glück gehabt, Kleiner. Du darfst doch in den Krieg ziehen und dir den Bein wegschießen lassen. Na, da freust du dich, was? Ja, da grinst der Klein-Timmy. Oh Gott, es funktioniert. Oh Gott, und ich hab die Artillerie vergessen, ich debb. Boah, ich muss die eliminieren. Oh Gott, ich muss die Artillerie loswerden. Und oh Gott, ich muss die ganzen Verteilungsgebäude loswerden. Oh Gott, und da sind so viele Verteilungsgebäude. Hm, wer hat die Basis überhaupt konstruiert? Ich bestimmt nicht. Die haben da normale Mauern gebaut. Was sind denn das für Idioten? Und jetzt das da. Oh Gott, die Artillerie ist ja schrecklich. Und Ketten sind voll von Arsch. Die Einheiten kommen gar nicht mehr lebend weg. Ihr sollt das da angreifen, ihr Vollpfosten. Der ist da. Diesen Turm, was auch immer er macht. Ich trau ihm nicht. Genau. Und jetzt den da. Den da. Schießt halt nicht wahllos irgendwo in die Bamba. Ich trau diesem Turm einfach nicht. Ah, kommt. Nochmal. Feuer. Mit, da stehen ja noch welche. Komm, macht mir die. Was ist das? Das sind diese Dreifachmörser bloß. Die machen so viel Schaden. Hau auf. Was heißt, viel Schaden. Meine Einheiten sind einfach nur was Scheiße. Langsam. Äh, was hast du da jetzt gesprengt? Okay. Sammeln. Sammelt euch. Oh Gott. So, jetzt brauche ich... Ich brauche eine schnelle Einheit. Du hättest zwar nicht viel aus, aber du bist schnell. Dafür gibt es Punkt, bloß Punkte. Du darfst in deinen Tod fahren. Freust du dich? Naja, Ketten sind für den Arsch. Die Einheiten hatten zwar mehr aus, aber sie kommen immer lebend aus dem Feindgebiet. So, fahr in deinen Tod. Damit die Adlerie was zu tun hat. Boah. Das speichern wir doch gleich nochmal. Habe ich da eben nicht gespeichert? Egal. Na komm. Alles weiterfahren. Keine Angst haben. Der Feind kann dir nichts tun. Du bist unbesiegbar. Mann bist du blöd. Du glaubst ja alles, was die Leute erzählen, wa? Was für ein Idiot. Egal, die Adlerie hat was zu tun. Ah, den Turm. Jawohl. Was auch immer der bringt. Wahrscheinlich gar nichts. Und ich brauche weniger Lufteinheit, glaube ich. Das wäre nicht schlecht, ne? Produktion abgeschlossen. Lufteinheit könnte ich bauen. Da brauche ich aber erstmal einen Hangar, ne? Gott, ich habe gar keinen Hangar gebaut. Bin ich bescheuert? Ich glaube, ich habe es inzwischen oft genug gesagt, dass ich bescheuert bin, oder? Ach, man kann es nie oft genug erwähnen, wie bescheuert ich bin. Herrlich, wie die da alles wegrollen. Weißt du gefallen? Warum bist du nicht bei eins dabei? Immer diese Drücke. Super.